Sechster Teil Und am anderen Tage wurde der letzte Spatenstich am neuen Deich getan. Der Wind hatte sich gelegt, in anmutigem Fluge schwebten Möwen und Avosetten über Land und Wasser, hin und wieder. Von Jevers Hallig tönte das tausendstimmige Geknorr der Rottgänse, die sich's heute an der Küste der Nordsee wohl sein ließen. Und aus den weißen Morgennebeln, welche die weite Marsch bedeckten, stieg allmählich ein goldener Herbsttag und beleuchtete das neue Werk der Menschenhände. Nach einigen Wochen kamen mit dem Oberdeichgrafen die herrschaftlichen Kommissäre zur Besichtigung desselben. Ein großes Festmahl, das erste nach dem Leichenmahl des alten Thede Volkerts, wurde im deichgräflichen Hause gehalten. Alle Deichgevollmächtigten und die größten Interessenten waren dazu geladen. Nach Tische wurden sämtliche Wagen der Gäste und des Deichgrafen angespannt. Frau Elke wurde von dem Oberdeichgrafen in die Karriole gehoben, vor der der braune Wallach mit seinen Hufen stampfte. Dann sprang er selber hinten nach und nahm die Zügel in die Hand. Er wollte die gescheite Frau seines Deichgrafen selber fahren. So ging es munter von der Werfte und in den Weg hinaus, den Ack zum neuen Deich hinan und auf demselben um den jungen Kog herum. Es war inmittels ein leichter Nordwestwind aufgekommen und an der Nord- und Westseite des neuen Deiches wurde die Flut hinaufgetrieben. Aber es war unverkennbar, der sanfte Abfall bedingte einen sanfteren Anschlag. Aus dem Munde der herrschaftlichen Kommissäre strömte das Lob des Deichgrafen, dass die Bedenken, welche hier und da von den Gevollmächtigten dagegen langsam vorgebracht wurden, gar bald darin erstickten. Auch das ging vorüber, aber noch eine Genugtuung empfing der Deichgraf eines Tages, da er in stillem selbstbewussten Sinne auf dem neuen Deich entlang ritt. Es mochte ihm wohl die Frage kommen, weshalb der Kog, der ohne ihn nicht da wäre, in dem sein Schweiß und seine Nachtwachen steckten, nun schließlich nach einer der herrschaftlichen Prinzessinnen, der neue Karolinenkog, getauft sei. Aber es war doch so. Auf allen dahingehörigen Schriftstücken stand der Name, auf einigen sogar, in roter Frakturschrift. Da, als er aufblickte, sah er zwei Arbeiter mit ihren Feldgerätschaften, der eine etwa zwanzig Schritte hinter dem anderen, sich entgegenkommen. »So wart doch!«, hörte er den nachfolgenden Rufen. Der andere aber, er stand eben an einem Akt, der ihn den Kog hinunterführte, rief ihm entgegen. »Ein andermal, Jens! Es ist schon spät! Ich soll ihr Klei schlagen!« »Wo denn?« »None hier, im Hauke-Heilen-Kog!« Er rief es laut, indem er den Akt hinabtrabte, als sollte die ganze Marsch es hören, die darunter lag. Hauke aber war es, als höre er seinen Ruhm verkünden. Er hob sich im Sattel, gab seinem Schimmel die Sporen und sah mit festen Augen über die weite Landschaft hin, die zu seiner Linken lag. »Hauke-Heilen-Kog!«, wiederholte er leise. Das klang, als könnte es alle Zeit nicht anders heißen. Mochten sie trotzen, wie sie wollten, um seinen Namen war doch nicht herumzukommen. »Der Prinzessinnen-Name! Würde er nicht bald nur noch in alten Schriften modern?« Der Schimmel ging in stolzem Galopp. Vor seinen Ohren aber summte es »Hauke-Heilen-Kog!« »Hauke-Heilen-Kog!« In seinen Gedanken wuchs fast der neue Deich zu einem achten Weltwunder. In ganz Friesland war nicht seinesgleichen. Und er ließ den Schimmel tanzen. Ihm war, er stünde inmitten aller Friesen. Er überragte sie um Kopfeshöhe, und seine Blicke flogen scharf und mitleidig über sie hin. Allmählich waren drei Jahre seit der Eindeichung hingegangen. Das neue Werk hatte sich bewährt, die Reparaturkosten waren nur gering gewesen, Im Koge aber blühte jetzt fast überall der weiße Klee, und ging man über die geschützten Weiden, so trug der Sommerwind einem ganze Wolken süßen Duftes entgegen. Da war die Zeit gekommen, die bisher nur idealen Anteile in wirkliche zu verwandeln und allen Teilnehmern ihre bestimmten Stücke für immer eigentümlich zuzusetzen. Hauke war nicht müßig gewesen, vorher noch einige neue zu erwerben. Ole Peters hatte sich verbissen zurückgehalten. Ihm gehörte nichts im neuen Koge. Ohne Verdruss und Streit hatte auch so die Teilung nicht abgehen können, aber fertig war es gleichwohl geworden. Auch dieser Tag lag hinter dem Deichgrafen. Fortan lebte er einsam seinen Pflichten als Hofwirt wie als Deichgraf und denen, die ihm am nächsten angehörten. Die alten Freunde waren nicht mehr in der Zeitlichkeit, neue zu erwerben war er nicht geeignet. Aber unter seinem Dach war Frieden, den auch das stille Kind nicht störte. Es sprach wenig, das stete Fragen, was den aufgeweckten Kindern eigen ist, kam selten und meist so, dass dem Gefragten die Antwort darauf schwer wurde. Aber ihr liebes, einfältiges Gesichtlein trug fast immer den Ausdruck der Zufriedenheit. Zwei Spielkameraden hatte sie. Die waren ihr genug. Wenn sie über die Werfte wanderte, sprang das gerettete gelbe Hündlein stets um sie herum und wenn der Hund sich zeigte, war auch Klein Wienke nicht mehr fern. Der zweite Kamerad war ein Lachmöwe und wie der Hund Perle, so hieß die Möwe Klaus. Klaus war durch ein greises Menschenkind auf dem Hofe installiert worden. Die 80-jährige Trin Jans hatte in ihrer Karte auf dem Außendeich sich nicht mehr durchbringen können. Da hatte Frau Elke gemeint, Die verlebte Dienstmarkt ihres Großvaters könnte bei ihnen noch ein paar stille Abendstunden und eine gute Sterbekammer finden. Und so, halb mit Gewalt, war sie von ihr und Hauke nach dem Hofe geholt und in dem Nordweststübchen der neuen Scheuer untergebracht worden, die der Deichgraf vor einigen Jahren neben dem Haupthause bei der Vergrößerung seiner Wirtschaft hatte bauen müssen. Ein paar der Mägde hatten daneben ihre Kammer erhalten und konnten der Greise nachts zur Hand gehen. Rings an den Wänden hatte sie ihr altes Hausgerät, eine Schatulle von Zuckerkistenholz, darüber zwei bunte Bilder vom verlorenen Sohn, ein längst zur Ruhe gestelltes Spinnrad und ein sehr sauberes Gardinenbett, vor dem ein Ungefüge mit dem weißen Fell des Weiland-Angora-Katers überzogener Schemel stand. Aber auch was Lebiges hatte sie noch um sich gehabt und mit hierher gebracht. Das war die Möwe Klaus, die sich schon jahrelang zu ihr gehalten hatte und von ihr gefüttert worden war. Freilich, wenn es Winter wurde, flog sie mit den anderen Möwen südwärts und kam erst wieder, wenn am Strand der Wermut duftete. Die Scheuer lag etwas tiefer an der Werfte, die Alte konnte von ihrem Fenster aus nicht über den Deich auf die See hinaus blicken. Du hast mich hier als wir gefangen, Deichgraf, murrte sie eines Tages, als Hauke zu ihr eintrat und wies mit ihrem verkrümmten Finger nach den Fennen hinaus, die sich dort unten bereiteten. Wo ist denn Jevers Sand? Da über den roten oder über den schwarzen Ochsen hinaus? Was will sie denn mit Jevers Sand? Frug Hauke. Ach was, Jevers Sand? brummte die Alte. Aber ich will doch sehen, wo mein Jung mir derzeit ist zu Gott gegangen. Wenn sie das sehen will, entgegnete Hauke, so muss sie sich oben unter den Eschenbaum setzen. Da sieht sie das ganze Haff. Ja, sagte die Alte, ja, wenn ich deine jungen Beine hätte, Deichgraf. Dergleichen blieb lange der Dank für die Hilfe, die ihr die Deichgrafsleute angedeihen ließen. Dann aber wurde es auf einmal anders. Der kleine Kind Skopwinkes guckte eines Morgens durch die halb geöffnete Tür zu ihr herein. Na, rief die Alte, welche mit den Händen ineinander auf ihrem Holzstuhl saß. Was hast du denn zu bestellen? Aber das Kind kam schweigend näher und sah sie mit ihren gleichgültigen Augen unablässig an. »Bist du das Deichsgrafenkind?« frug sie Trinjanz. Und da das Kind wie nickend das Köpfchen senkte, fuhr sie fort, »so setz dich hier auf meinen Schemel. Ein Angorakater ist's gewesen, so groß, aber dein Vater hat ihn totgeschlagen. Wenn er noch lebig wäre, so könntest du auf ihm reiten.« Wienke richtete stumm ihre Augen auf das weiße Fell, dann kniete sie nieder und begann es, mit ihren kleinen Händen zu streicheln, wie Kinder es bei einer lebenden Katze oder einem Hunde zu machen pflegen. »Armer Kater«, sagte sie dann und fuhr wieder in ihren Liebkosungen fort. »So«, rief nach einer Weile die Alte, »jetzt ist es genug und sitzen kannst du auch noch heute auf ihm. Vielleicht hat dein Vater ihn auch nur um deshalb totgeschlagen.« Dann hob sie das Kind an beiden Armen in die Höhe und setzte es derb auf den Schemel nieder. Da es aber stumm und unbeweglich sitzen blieb und sie nur immer ansah, begann sie mit dem Kopf zu schütteln. »Du strafst ihn, Herr! Du strafst ihn, Gott der Herr! Ja, ja, du strafst ihn!« murmelte sie. Aber ein Erbarmen mit dem Kinde schien sie doch zu überkommen. ihre knöcherne Hand strich über das dürftige Haar desselben und auf den Augen der Kleinen kam es, als ob ihr damit wohlgeschehe. Von nun an kam Wienke täglich zu der Alten in die Kammer. Sie setzte sich bald von selbst auf den Angoraschemel und Trinjans gab ihr kleine Fleisch oder Brotstückchen in ihre Händchen, welche sie alle Zeit in Vorrat hatte, und ließ sie diese auf den Fußboden werfen. Dann kam mit Gekreisch und ausgespreizten Flügeln die Möwe aus irgendeinem Winkel hervorgeschossen und machte sich darüber her. Erst erschrak das Kind und schrie auf von dem großen stürmenden Vogel. Bald aber war es wie ein eingelerntes Spiel, und wenn sie nur ihr Köpfchen durch den Türspalt steckte, schoss schon der Vogel auf sie zu und setzte sich ihr auf Kopf oder Schulter, bis die Alte ihr zu Hilfe kam und die Fütterung beginnen konnte. Trinjans, die es sonst nicht hatte leiden können, dass einer auch nur die Hand nach ihrem Klaus ausstreckte, sah jetzt geduldig zu, wie das Kind allmählich ihr den Vogel völlig abgewann. Er ließ sich willig von ihr haschen. Sie trug ihn umher und wickelte ihn in ihre Schürze. Und wenn dann auf der Werfte etwa das gelbe Hündlein um sie herum und eifersüchtig gegen den Vogel aufsprang, dann rief sie wohl »Nicht du! Nicht du, Perle!« und hob mit ihren Ärmchen die Möwe so hoch, dass diese, sich selbst befreiend, schreiend über die Werfte hinflog, und statt ihrer nun der Hund durch Schmeicheln und Springen den Platz auf ihren Armen zu erobern suchte. Fielen zufällig Haukes oder Elkes Augen auf dies wunderliche Vierblatt, das nur durch einen gleichen Mangel am selben Stängel festgehalten wurde, dann flog wohl ein zärtlicher Blick auf ihr Kind. Hatten sie sich gewandt, so blieb nur noch ein Schmerz auf ihrem Antlitz, den jedes einsam mit sich von dannen trug. Denn das erlösende Wort war zwischen ihnen noch nicht gesprochen worden. Da, eines Sommervormittages, als Wienke mit der Alten und den beiden Tieren auf den großen Steinen vor der Scheuntür saß, gingen ihre beiden Eltern, der Deichgraf, seinen Schimmel hinter sich, die Zügel über dem Arme, hier vorüber. Er wollte auf den Deich hinaus und hatte das Pferd sich selber von der Fenne heraufgeholt. Sein Weib hatte auf der Werfte sich an seinen Arm gehängt. Die Sonne schien warm hernieder, es war fast schwül und mitunter kam ein Windstoß aus Süd-Südost. Dem Kinde mochte es auf dem Platz unbehaglich werden. Wienke will mit, rief sie, schüttelte die Möwe von ihrem Schoß und griff nach der Hand ihres Vaters. So komm, sagte dieser. Frau Elke aber rief, in dem Wind, sie fliegt dir weg. Ich halt sie schon und heute haben wir warme Luft und lustig Wasser, da kann sie's tanzen sehen. Und Elke lief ins Haus und holte noch ein Tüchlein und ein Käppchen für ihr Kind. Aber es gibt ein Wetter, sagte sie, macht, dass ihr fortkommt und seid bald wieder hier. Hauke lachte. Das soll uns nicht zu fassen kriegen und hob das Kind zu sich auf den Sattel. Frau Elke blieb noch eine Weile auf der Werfte und sah, mit der Hand ihre Augen beschattend, die beiden auf den Weg und nach dem Deiche hinübertraben. Trinjanz saß auf dem Stein und murmelte Unverständliches mit ihren welken Lippen. Das Kind lag regungslos im Arme des Vaters. Es war, als atme es beklommen unter dem Druck der Gewitterluft. Er neigte den Kopf zu ihr. Nun, Winke, frug er. Das Kind sah ihn eine Weile an. Vater, sagte es, du kannst das doch, kannst du nicht alles? Was soll ich können, Winke? Aber sie schwieg. Sie schien, die eigene Frage nicht verstanden zu haben. Es war Hochflut. Als sie auf den Deich hinaufkamen, schlug der Widerschein der Sonne von dem weiten Wasser ihr in die Augen. Ein Wirbelwind trieb die Wellen strudelnd in die Höhe und neue kamen heran und schlugen klatschend gegen den Strand. Da klammerte sie ihre Händchen angstvoll um die Faust ihres Vaters, die den Zügel führte, dass der Schimmel mit einem Satz zur Seite fuhr. Die blassblauen Augen sahen in wirrem Schrecken zu Hauke auf. Das Wasser, Vater, das Wasser, rief sie. Aber er löste sich sanft und sagte, still, Kind, du bist bei deinem Vater, das Wasser tut dir nichts. Sie strich sich das fahlbunde Haar aus der Stirn und wagte es wieder, auf die See hinaus zu sehen. Es tut mir nichts, sagte sie Zitat, nein, sag, dass es uns nichts tun soll, du kannst das und dann tut es uns auch nichts. Nicht ich kann das, Kind, entgegnete Hauke ernst, aber der Deich, auf dem wir reiten, der schützt uns und den hat dein Vater ausgedacht und bauen lassen. Ihre Augen gingen wieder in, als ob sie das nicht ganz verstünde. Dann bag sie ihr auffallend kleines Köpfchen in dem weiten Rocke ihres Vaters. Warum versteckst du dich, Wienke, raunte der ihr zu, ist dir noch immer bange? Und ein zitterndes Stimmchen kam aus den Falten des Rockes. Wienke will lieber nicht sehen, aber du kannst doch alles, Vater. Ein ferner Donner rollte gegen den Wind herauf. Hoho, rief Hauke, da kommt es, und wandte sein Pferd zurück her. Nun wollen wir heim zur Mutter. Das Kind tat einen tiefen Atemzug, aber erst, als sie die Werfte und das Haus erreicht hatten, hob es das Köpfchen von seines Vaters Brust. Als dann Frau Elke ihr im Zimmer das Tüchelchen und die Kapuze abgenommen hatte, blieb sie wie ein kleiner, stummer Kegel vor der Mutter stehen. Nun, Wienke, sagte diese und schüttelte sie leise. Magst du das große Wasser leiden? Aber das Kind riss die Augen auf. Es spricht, sagte sie, Wienke ist bange. Es spricht nicht, es rauscht und tost nur. Das Kind sah ins Weite. Hat es Beine, frug es wieder, kann es über den Deich kommen? Nein, Wienke, dafür passt dein Vater auf, er ist der Deichgraf. Ja, sagte das Kind und klatschte mit blödem Lächeln in seine Händchen, Vater kann alles, alles. Dann plötzlich, sich von der Mutter abwendend, rief sie, lass Wienke zu Trinjans, die hat rote Äpfel. Und Elke öffnete die Tür und ließ das Kind hinaus. Als sie dieselbe wieder geschlossen hatte, schlug sie mit einem Ausdruck des tiefsten Grames die Augen zu ihrem Manne auf, aus denen ihr sonst nur Trost und Mut zu Hilfe gekommen war. Er reichte ihr die Hand und drückte sie, als ob es zwischen ihnen keines weiteren Wortes bedürfe. Sie aber sagte leise, Nein, Hauke, lass mich sprechen, das Kind, das ich nach Jahren dir geboren habe, es wird für immer ein Kind bleiben, oh, lieber Gott, es ist schwachsinnig, ich muss es einmal vor dir sagen. Ich wusste es längst, sagte Hauke, und hielt die Hand seines Weibes fest, die sie ihm entziehen wollte. So sind wir denn doch allein geblieben, sprach sie wieder, aber Hauke schüttelte den Kopf, ich hab sie lieb und sie schlägt die Ärmchen um mich und drückt sich fest an meine Brust, um alle Schätze wollte ich das nicht missen. Die Frau sah finster vor sich hin, aber warum, sprach sie, was hab ich arme Mutter denn verschuldet? Ja, Elke, das hab ich freilich auch gefragt, den, der allein es wissen kann, aber du weißt ja auch, der Allmächtige gibt den Menschen keine Antwort, vielleicht, weil wir sie nicht begreifen würden. Er hatte auch die andere Hand seines Weibes gefasst und zog sie sanft zu sich heran. Lass dich nicht irren, dein Kind, wie du es tust, zu lieben, sei sicher, das versteht es. Da warf sich Elke an ihres Mannes Brust und weinte sich satt und war mit ihrem Leide nicht mehr allein. Dann plötzlich lächelte sie ihn an. Nach einem heftigen Händedruck lief sie hinaus und holte sich ihr Kind aus der Kammer der alten Trinjans und nahm es auf ihren Schoß und hätschelte und küßte es, bis es stammelnd sagte, Mutter, meine liebe Mutter.